Liebe Freundinnen und Freunde der CDU-PORZ, liebe Besucher des Porzer Inselfest 2022, nach drei langen Jahren ist es endlich wieder soweit. Das größte CDU-Volksfest der Welt findet wieder an der Grof statt. Zum 43. Mal seit 1977 kann wieder zusammen gefeiert werden, riecht es nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln, nach Würstchen und Krepp, kreischen Kinder auf den Karussells und kann nach Herzenslust gestöbert werden. Volksfeste sind was Wunderbares. Freuen Sie sich wieder auf Kirmes- und Trödelmarkt, auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und vieles andere mehr. Und das alles vor der tollen Kulisse der Zündorfer Altstadt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und tolle Tage bei der CDU-PORZ. Bleiben Sie gesund! Ich wünsche Ihnen viel Spaß und tolle Tage bei der Tür. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.